Wenn der Shop geöffnet hat, jobbt Mervy als Aushilfe. Nach Feierabend aber genießt sie es, Handschellen angelegt zu bekommen. Hingebungsvoll unterwirft sie sich Nathan, was dieser klug für ihre beide Lustgewinn umzusetzen weiß. Zu kostbar ist ihm, was er in Mervy gefunden hat, als dass er ihr Vertrauen aufs Spiel setzen würde. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de